It's true Du siehst irgendwie so ein bisschen müde aus, was ist los? Jonah hat bis 6 Uhr geschnarcht und irgendwelche Dinge geredet Wir gehen jetzt frühstücken, ungefähr 10 Minuten ist jetzt auf Frühstück und mir geht's gut Liebiii Warte mal, ich hab sogar die Aufnahme Digga, die kannst du reinblenden Liebiii Es gibt doch kein Frühstück mehr, es ist nur bis 10.30 Uhr Baby Boah, zieh dir was an Verdammt, ich hab wieder auf Espresso gedrückt Oh, Junge als Otto Hier schneide ich gerade das Video von gestern Einfach nice Wir haben das Frühstück verpennt und deswegen bestellen uns jetzt Essen auf unser Zimmer Und dann schneiden wir beide noch unsere Videos von gestern War auch so glücklich zu sein Woah, ehh Haben wir die Tropfen gesehen? Instant Replay Wir checken gerade das Menü aus Das Ding ist, es gibt hier irgendwie nicht so nice Sachen und es ist alles sehr sehr teuer Ich mein, es gibt natürlich auch Hummer, aber der kostet 29 Euro und ich bin nicht so der Oma-Fan Ich mein, Moritz wollte ihn jetzt unbedingt essen Ja, genau Ich werd dich so schlecht darstellen, Moritz Also ich hab Moritz das ausgeredet, dass er sich den bestellt Du was lavast du Digga Ich werd Moritz heute so triggern Du hast mich heute Morgen schon getriggert Ich hab Moritz jetzt überredet, dass wir irgendeinen Weißen gehen Lass mich nicht überreden Ey, oh Leute, willkommen zu diesem weiteren Hi Okay Leute, wir haben jetzt gerade ein unnormal krankes Video für Moritz aufgenommen Das kommt morgen online, deswegen schaut vorbei auf jeden Fall Ich spoiler mal kurz, wir haben einfach Sachen verschenkt Wir gehen jetzt endlich was essen, es ist mittlerweile schon 16 Uhr und ich hab so Hunger, Alter Moritz hat sich schon wieder so einen niceen Roller gemietet und dann später gehts aufs Post Malone Konzert, Leute Ey, ich bin einfach nur hyped Okay, anscheinend gehen wir jetzt hier snacken Ja, nice Thank you Machst du lieben? Ne, mach ich mir auch Ja! Was wir festgestellt haben, es ist alles wirklich sehr sehr teuer hier Immer, überall, jedes Restaurant ist einfach teuer Oh Baby Wir fahren jetzt noch Konzerte, Leute, wuhu! Das ist jetzt nicht unser Karma-Dream, oder? Das ist die Limo, das ist Moritz und wir sind jetzt am Konzert Okay, wir sind immer noch in der Schlange hier Die Schlangen hier sind irgendwie anders als sonst Yo, der ganze Merch einfach Start Chief Back at the pin! Back it Up! 3! 1! 2! 3! Zahl die funktion! 3! I wrote this song about a grandma tour. I hope she heard this song. I wrote this song about a grandma tour. 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 I wrote this song about a grandma tour.